Kostenbares entwendet, mein Schönheitstrank. Und während ich bis vor kurzem im Dunklen tappte, habe ich nun im Verdacht, was passiert sein könnte. Ein Aura-Dieb hat in mir gestohlen. Ja, es sind alte Wesen aus vergangenen Zeiten, weit vor den Küräern. Für gewöhnliche Augen sind sie unsichtbar, doch wir spirituell Begabten können sie sehen. Aura-Diebe habe nur einen Existenzgrund, und der ist es, die Harmonie glücklicher Menschen durch schämische Taten zu zerstören. Wie den heimtückischen Diebstahl meines Trankes. Nein, tut ihr nicht. Aber das ist verständlich. Ja, seine Essenz ist frisch gezapftes Wasser direkt aus den Quellen Inodans. Eine echte Rarität. Regelmäßiges Zuführen dieses Trunkes verleiht dem Anwender sowohl unwiderstehliches Äußeres, als dass es auch die natürliche Alterung verlangsamt. Nur durch die Elixiere habe ich mir über all die Jahre hinweg meine jugendliche Schönheit erhalten können. Ich habe einen Verdacht. Gestern, als ich am Honigfluss tanzte, erschien mir aus dem Nichts eine Stimme im Ohr, und sie flüsterte fünf Worte. Finde mich in der Klarwasserhöhle. Ich bin mir sicher, dass es der Trank war, der zu mir gesprochen hat. Aber ich bin zu alt, um auf eigene Faust alte Höhlen erforschen zu gehen. Dabei ist besagte Höhle nicht einmal weit von hier entfernt. Es ist eine verlassene Schürfergrube gleich dem Hügel zum Bergpass hinauf. Geht dorthin und findet meinen Trank. Und ich werde euch angemessen entblumen. Geht dorthin und schüttelte Höhlen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020